eine begrüßung und da bin der den Schied hinter den Ausgang stehen so dass ich nicht an ihn drankomme ob man hier auch den Schwanz abschlagen kann ich weiß es gerade nicht ah ja 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 das war knapp vielleicht hätte ich doch das Amulett Autoblock nehmen sollen ich werde oh er ist in vier okay wir könnten ihn jetzt nochmal fangen aber wir haben ja gar keine Bomben mehr also bringt das ja gar nicht mehr so viel ah wann haben wir ins Falsche gegangen er ist in vier, ach du Scheiße er hätte in sieben sein sollen mein Monitor ist nämlich gerade hier ziemlich dunkel na was hat er vor oh man sieht ihn sabern eigentlich ein gutes Zeichen da kann ich mir erspuchen da kann ich mir erspuchen und ins Gesicht gesprungen und nochmal ins Gesicht gesprungen und nochmal ins Gesicht gesprungen ah nein diesmal springt er mir ins Gesicht ah wie ungünstig oh Gott Mann er hat mich genau da wo ich nein wo ich nicht sein will Mann ich habe überhaupt nicht jetzt gerade nachgeguckt wo er am empfindlichsten ist ob der Kopf wirklich so clever ist er sollte man jetzt mal mehr auf Chacha gehen damit ich hier vielleicht nur irgendwie rauskomme boah was war das für eine Attacke krass ich sehe mich gerade selbst überhaupt nicht ich bin ja schon wieder fast tot krass wie schnell das echt hier geht okay ohne Witz das ist mir letztes Mal nicht passiert mir ist nicht passiert dass ich zweimal K.O. gegangen bin es regt mich auch gerade wirklich auf aber sie werde ich mir wohl doch keine Rüstung machen das ist mir echt einfach zu nervig hatte ich auch wieder den Fehler gemacht ähm wie er mich in die Ecke drängen zu lassen und ich kann wieder nicht raus es ist auch wirklich sehr nervtötend dass er ohne Witz über die ganze Karte springen kann okay letztes Mal hatte ich auch mehr Glück da war ich mich die ganze Zeit immer am am Ausgang sodass ich jederzeit mir schnell wieder werbhaun konnte und mir eine Gesundheit ausfrischen konnte also so sollte man es nicht machen wie ich gerade ich sehe ihn gerade nicht weil er ist da hinten also letztes Mal war er jetzt schon längst am humpeln also mal wieder aus dieser Dunkelheit hier rausgehen okay er flieht wohin flieht er eigentlich was macht er ah da kommt er ich fuxte mich mal diesmal am Ausgang krass im Glück eigentlich wollte ich ihn ja so anfangen aber also ihr könnt auch gerne im Comments schreiben wie ihr ihn besiegt oder wie ihr ihn handelt da ich jetzt schon zweimal K.O. gegangen bin bin ich jetzt natürlich viel vorsichtig vorsichtiger vorsichtiger okay danke dafür gezückt und wieder rein letztes Mal hatte ich ihn schon um diese Zeit besiegt also das Lava lag aber vielleicht auch daran das ist ein kleineres Modell war was ist denn eigentlich gerade ein Zahn nachgewachsen oder sah es jetzt gerade nur so ein Winkel aus nee okay 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 das nervt er steht direkt vom Eingang und bombardiert mich mit Attacken ist nicht wieder geht kein Risiko ein war Ich bin einmal drin hier und hab schon fast wie die Hälfte meiner Leben verloren. Meine Lebenssynergie. Das ist echt krass. Ja, und heute würde ich ihn auch irgendwie nicht richtig treffen. Nee, jetzt würde ich einfach irgendwie nicht gelegen. Mal sehen, ob das hier irgendwas bringt. Hä? Hä? Achso. Hä? Ja. Okay. Das war ein Block. Sein Schrei hat mich sozusagen weggerissen. Er brüllt ziemlich oft. Eigentlich ist immer ein Zeichen dafür, dass er... Okay, er humpelt. Wir wissen alle, was das bedeutet. It's time to catch. Natürlich ist das jetzt noch einfacher gesagt als getan. Okay, ich wusste jetzt nicht, dass du tanzt. Wir bereiten die Schockfalle vor. Also, ich würde jetzt schon warten, bis er schläft. Okay. Wir bereiten die Schockfalle vor. Na, nicht das. Okay. Okay, jetzt muss er nur noch hier reinspringen. Und ich muss das auch natürlich überleben. Nein! Wie konnte das denn passieren? Okay, dann muss ich mir mal erklären, wie das passieren konnte. So. So kurz war das noch nie, dass er das... Nein! Oh Gott! Ja. Cha-Cha-Cha-Cha. Ach ne, du bist natürlich nicht am Arsch. Okay, ich verpiss mich erst mal. Oh ja. Mann! Oh, krass! Wenn du mich jetzt tötest, rass dich aus. Ah, krass. Okay, warum hat er das eigentlich gerade überlebt gehabt? Also, warum konnte der Fall entkommen? Das habe ich nicht verstanden. Er pennt wohl wieder. Also, wir suchen es jetzt nochmal mit der Falle. Das verstehe ich nicht. Das ist das letzte Mal auch nicht passiert. Mann, bewegt dich schneller. Schneller. Oh Gott, was ist das? Ah, nö, ey. Okay, das... Erstmal, warum war ich so langsam? Bis der seine Waffe weggesteckt hat, ey. Jetzt stirb einfach, ey. Ich glaube es nicht. Weißt du... Der jetzt hier... Letztes Mal hatte er das nicht. Da blieb der schön lange drin, sodass ich... Jetzt stirb einfach. Oh, was war denn das für eine Aktion? Oh, ey. Ich raste gerade ein bisschen aus, wie man sieht. Also, sowas Arschiges wie gerade ist mir noch nie passiert. Oh, schön. Er wird mich jetzt töten. Ich lasse nicht. Nö, das kann ich leider... Oh Gott. Ey. Okay, das ist ja sau ärgerlich, was hier gerade noch abgeht. Ich habe ihn fast. Und dann passiert mir sowas. Ich glaube es nicht. Ich glaube es wirklich nicht. Boah. Was ich hier gerade sehe. Oh Mann, du Spasten-Mistvieh. Ey, jetzt regst du mich aber richtig auf. Oh, ey. Ja. Habe ich nicht so einen Trank? Ja. Okay, ich fühle mich jetzt ehrlich so ein bisschen verarscht, ey. Von dem Spiel. Ey, dass das Mistvieh aber auch jetzt... scheinbar unendlich Leben hat. Mann. Ja. Klar, in der Zeit, wo ich mich erstmal auf ihn raufrichte. Wie, du sauberst? Nur, du bist eigentlich so gut wie tot. Ja, jetzt hat ich... Ey. Wie, Waffenstärke auch noch? Ey, sag mal. Das Spiel würde mich jetzt gerade wirklich verarschen, oder? Nee. Wie? Was ist denn da jetzt passiert? Okay, das ist ein kurioser Sieg. Einer der kuriosen überhaupt, die ich jemals hatte. Okay, ihr könnt mir eigentlich... Müsst das klappen, so mit der Fahle legen und ihn dann haben. So, hat's das letzte Mal auch geklappt. Warum er jetzt zweimal, in der Zeit, wo ich... Äh, ohne Witz... ...zwei Beruhigungsbomben auf ihn geworfen habe, ausbrechen konnte? Das weiß ich echt nicht. Aber man sieht, warum ich den Barriot hasse. Dieses mistige Mistvieh. Ah. Eigentlich soll das Ding wirklich nur 20 Minuten gehen. Und durch diesen Scheiß... Ist das Ding wirklich jetzt, äh... Äh, bei wie vielen Minuten? Äh, ja. Sehe ich gerade nicht. Ja, so richtig geile Sachen habe ich auch nicht bekommen. Ja, super, er ist... Er war auch der Längste, deswegen hat er wohl länger gedauert, trotzdem. Boah. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.